What's up liebe YouTube-Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ich habe mir jetzt mal einen Kaffee gemacht. Moment mal, Prost hier für alle. Vielleicht läuft es dann, keine Ahnung, mal gucken. Und damit wir das sehen, springen wir sofort auf die Web. Faulige Felder. Geil, und in diesem Sinne darf ich sagen, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Auf den fauligen Feldern, wir legen los. Freut mich an dieser Stelle wirklich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe schon wieder den komischen Bug. Immer wieder das gleiche Spiel. Ja, ich hoffe jetzt, wir zwei haben Spaß an dieser Folge. Nicht nur du, sondern auch ich. Wie gesagt, der Kaffee ist neben mir. Der Kaffee ist neben mir, wenn es wirklich ist, zum Nervenstärken. Okay. Er verfolgt auf jeden Fall den einen, denke ich. Und jetzt hat er auch schon den zweiten angehittet. Leute, lasst das nicht schon wieder so eine schnelle Runde werden. Ich höre hier doch jemanden. Dann halt nicht. Die will die Punkte für sich selbst. Ich versuche ja immer wieder, oder ich möchte es ja immer wieder versuchen, die Leute zu befreien. Einfach um das zu lernen. Wisst ihr. Jetzt echt. Mir geht es das sehr darum, dass ich das einfach mal ein bisschen lerne auch. Und nicht nur die Generatoren mache, denn die Generatoren gut, die klappen eh so halbwegs. Ich meine, es wird immer wieder die Tage geben, wo es halt gar nicht klappt. Wir versuchen es weiter. Die anderen sollen sich um die Generatoren kümmern. Ich weiß es übrigens gar nicht. Was es eigentlich für ein Killer ist. Ich kann auch nicht behaupten, ist es der Fallensteller. Kettensäge habe ich die ganze Zeit keiner gehört. Also denke ich mal. Okay. Dann hätte ich mich wohl nicht auf den Weg hierher machen müssen. Aber wir könnten gemeinsam heilen. Das hilft schon mal. Okay, liegt schon wieder. Nicht so geil. Und wer ist das? Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Oh, weg, 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 weg. Nein. Das war gerade ziemlich bescheuert. Wie schlecht ich da gerade voll hineingelaufen bin. Er hat auf jeden Fall vorbeigeschlagen. Hey Freunde, wir bekommen überhaupt keine Generatoren zusammen. So ist das nicht gut. Der liegt wieder. Wir müssen auch Generatoren machen. Wo bringt er ihn denn hin? Da laufe ich jetzt mal nicht hin. Zumindest nicht, bevor ich nicht diesen Generator fertig bekomme. Versuche es. Ist er schon down oder wie? Ach, der ist schon tot. Okay. Da lief wahrscheinlich gerade etwas schief beim Runterholen, denke ich. Okay, okay, okay. So bekommen wir echt. Das wird eine doofe Runde. Wir haben noch nicht einen Generator. Zu diesem Haken. Okay, 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 okay. Okay. Okay, danke schön, du Arsch. Okay, ich liege. Ich liege. Hier sind aber auch mir Genspaletten in der Nähe, echt. Ach ja. Ist sowieso eine Kackrunde. Guckt euch das an, jetzt ist der erste Generator fertig. Was soll das? Wir kümmern uns die ganze Zeit nur darum, hier die Leute herunterzuholen. Jetzt bin ich auch gespannt, ob mich jemand holt. Aber das sieht zumindest schon so aus. Aber lasst dir noch ein bisschen Zeit, bis der Wert der Herr hier weg ist. Ich muss aber, er liegt gar keine Fallen. Jetzt wird's gehen, jetzt wird's gehen, jetzt wird's gehen, jetzt wird's gehen. Komm, 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 komm. Komm. Hol mich. Hälst du mich auch gleich? Wir haben kein Herzklopfen. Alles in Ordnung. So, dankeschön an dieser Stelle, an dich. Was für ein Spiel gerade. Okay, Freunde. Ach, der ist auch schon da. Ach, da hinten ist der lieber Killer. Oh, da ist er ja. Ich glaube, ich laufe mal da irgendwo rüber. Wir haben noch vier Generatoren. Vier. Irgendwo Paletten hier. Kann nicht sein, dass es echte Maps gibt, wo es ziemlich wenig Paletten gibt. Ich habe so das Gefühl. Okay, der ist da hinten irgendwo. Ach, ich geh mal wieder. Ich mag schon wieder nicht. Ach, Freunde. Durchsuchen wir die Kiste. So. Wird uns nichts bringen, weil das, was wir da drinnen finden, nehmen wir nicht mit. Das ist positiv gedacht. Oh. Wir haben Böller. Oh. Ich hätte ja auch gern einen Generator, den ich fertig mache. Hängt der zum ersten Mal oder zum zweiten? Ich denke zum ersten Mal, oder? Nein, auch schon zum zweiten Mal. Ach, Kacke. So, wir haben Böller. Lasst uns das nicht vergessen. Wir haben aber leider überhaupt keine Zeit. Ich muss den jetzt schnell hier runterholen. Wenn er eine Falle gesetzt hat, ist es eh schon zu spät. Okay. Okay, weg, 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 weg. Ach, Kacke. Warum helfen denn die Böller nicht? Ja, ich hab's so drauf, ey. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Und du bist so hässlich. Schau dir mal ins Gesicht. Hast du einen Spiegel zu Hause? Ich hoffe nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Da häng ich auf dem Haken. Habe ich's eigentlich schon in irgendeiner Folge mal geschafft, dass ich mich frei wickle? Ich denke nicht. Okay, okay, okay. Nein, 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 das war nicht zu geplant. Freunde, das war nicht zu geplant. Das war Kacke. Gut, darauf stoßen wir mal an. Okay, da habe ich jetzt einige Punkte her geschenkt. Das finde ich nicht so geil. Ja, schade, schade, schade. Aber egal. Ist uns doch hier. Ist doch egal. Ist mir egal. Ist mir egal. So, irgendwie in die Nähe von dem komischen Werkzeugkisten-Add-on. Was haben wir denn da? Werkzeugkiste. Ich glaube, ich nehme jetzt dann echt mal eine Werkzeugkiste mit. Weil, warum denn nicht? Opfergabe, Opfergabe. Beide bescheuert. Nein, mir wird ja genau das jetzt weggenommen. Ach, Manu, ich komme nicht hin. Schade. Dann gehen wir hier weiter. Okay, okay, okay. Ab in die nächste Runde. Und wir sind jetzt drei Leute, die mit Werkzeugkisten ausgestattet sind. Und sofern ich das vorher da in der Lobby irgendwie entziffern habe können, denn das war nämlich gar nicht so leicht, wollen wir sabotieren. Die Haken sabotieren. Das heißt, das mache ich jetzt einfach auch mal. Weil es Spaß macht. Okay, an dem werkt er. Ich gehe gleich zu einem anderen Haken. Sofern ich überhaupt einen finde. Natürlich finde ich keinen Haken. Bitte, ich weiß es nicht, wo er ist. Freunde, ich will, dass er weg ist. Was macht er denn? Ich sehe ihn ja nicht. Okay. Okay, ich möchte eigentlich gerne. Ist irgendwo der Keller hier? Ach, schade. Ich hätte voll gern in den Keller gewollt. Na gut, dann sabotieren wir hier doch mal. Ich habe übrigens eine bessere Werkzeugkiste mitgenommen. Das heißt natürlich nicht, dass ich es verkacken soll. Das ist nichts in der Sache. Okay. Nein. Ach, Freunde. Warum mache ich denn das so bescheuert? Ich habe echt aber auch überhaupt kein Glück und kein Talent. Null, ey. Die Folgen laufen bescheiden. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ich hasse es nicht. Ich hasse einfach gerade mich. Ah, er findet aber schon gar nicht mehr so leicht Haken, wie es aussieht. Das große Problem. Okay. Wir hängen ja noch nicht, oder wir hangen ja noch nicht. Sagen wir so. Okay. Wir haben kein Herzklopfen mehr. Cleansen wir doch gleich. Warum nicht? Voll Risiko, ey. So, okay. Hier ist ein Haken. Auch den manipulieren wir schon. So, nicht verkacken. Gleich den Generator mitnehmen. Warum auch nicht. Ich hoffe, die anderen haben jetzt auch wirklich viele Haken gemacht. Das wäre nämlich ziemlich geil. Dort drüben. An der Lampe steht auch schon die nächste. Was war das gerade? Wenn ich halt wissen würde, wo... Okay. Schade. Da hat er einen Haken gefunden. Falle gestellt, Junge. Ach, camp doch nicht schon wieder hier rum. Ach, Banno. Okay, wurde geholt, wurde geholt. Ich gehe jetzt weg von da. Hat eh keinen Sinn. Camp ja fürchterlich. Nein, du bist mir... Das ist mir zu gefährlich hier. Okay. Zu zweit geht's schneller. Sehr gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Weiterhin konzentriert sein und aufpassen, dass ich nicht in irgendeine bescheuere Falle laufe. Aber hier ist es auch so dunkel. Ich glaube, hier ist es dunkler als normal. Ich habe aber nicht geschaut, was bei den Opfergaben so war. Okay, wir reparieren mal. Okay, okay, okay. Nicht so geil. Wobei, warum will ich das jetzt durchsuchen? Ich habe immer eine Werkzeugkiste. Wo ist der denn? Da ist der. Wie er einfach nicht gehen will. Wie ich da sitze und zusehe und zusehe und zusehe und zusehe. So, frage, wo war jetzt der Generator hier? Weiter geht's damit. Okay, da eine liegt. Schaffen wir das mit der Werkzeugkiste, ohne dass sie kaputt geht? Normalerweise dürfte es sich ausgehen, oder? Sehr gut. Ich gehe mal zu einem Ausgang, würde ich sagen. In der Nähe sind wir ja. Versuchen wir es. Auch da liegt einer, der andere hängt. Gut, wir werden mal öffnen und dann werden wir sehen, was wir machen können. Wie gesagt, zu viele egoistische Runden will ich eigentlich ja nicht machen. Okay, einer ist ausgekommen. Aber wo ist der hingelaufen? Ich hätte ihn ja gern geheilt. Ehe, sofort wieder geholt. Sofort wieder geholt. Okay, wir könnten alle auskommen. Das ist mir fast zu gefährlich. Okay, dann gehen wir halt raus. Ich hätte mich noch mal hineingedrängt, wenn es gewesen wäre, aber schade, ich hätte noch gerne geheilt. Aber ja, wir sind zumindest, wir sind geflüchtet. Wir sind geflüchtet, Freunde. Schöne Sache, dass das auch noch mal vorkommt. Sea Camper Prost oder Makara, ich kann das nicht lesen. Aber ich verstehe es vielleicht sogar auch irgendwo, wenn er dann zum Campen anfängt, wenn wir die ganzen Haken sabotieren. Meine Opfer zu durchbrechen, zu stärker und der gefallene Hindernisse. Okay, 40% schneller. Okay, Freunde, wir machen mal wieder einen geschmeidigen Cut an dieser Stelle. Ja, du weißt ja, bewerten und abonnieren und ich wünsche dir somit einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.